Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal heimcomputer.de und zwar mit dem Heim 2469 Gaming PC für 2469,99 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal usw. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows-Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen vor ungefähr drei Wochen von geiler Maulwurf. Ja, wie auch immer er auf diesen Namen gekommen ist und den schauen wir uns jetzt mal an. Zuerst einmal das Bild, genauso wie es mir halt auch gefällt. Wirklich nur das Gehäusebild. Das Gehäuse ist auch super, komme ich aber gleich noch darauf zu sprechen. Die Lüfter, die ihr da seht, die da leuchten, sind auch so mit dabei. Der Prozessor ist ein Intel Core i7-13700KF. Er hat 16 Kerne und 24 Threads, das heißt, dass die Performance-Kerne einfach Hyper-Threading haben und die Erfishings die Kerne eben nicht. Eine TDP von 125 Watt bzw. 253 Watt Maximum Turbopower. Das hält er für ungefähr 56 Sekunden, dann geht er wieder auf den Ursprungswert zurück. Wenn ihr das Teil laufen lasst ohne Begrenzung, kann er sich über 300 Watt reinschaufeln. Und er unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Könnt ihr wie immer schneller laufen lassen. 6400, 6800 keine Seltenheit bei DDR5. Bei DDR4 könntet ihr noch so bis 4000 MTS gehen. Kommt auch immer aufs Mainboard an. Kommt drauf an, wie der Prozessor das mitmacht. Da gibt es auch noch deutlich höhere Zahlen, aber so, wenn man jetzt so eine Gaming-Kiste kauft, wären das so die Werte, wo man sich daran orientieren sollte. Das ist natürlich ein sehr starker Prozessor, mit dem könnt ihr natürlich auch Videos schneiden, rendern, streamen, zocken und so weiter. Wenn ihr wirklich nur zocken wollt, nehmt vielleicht einen 7800 X3D, dann braucht ihr auch wieder ein anderes Mainboard und so. Ich wollte es schon dabei gesagt haben, ich persönlich würde da eher auf AMD gehen. Trotzdem ist der natürlich nicht schlecht. Passt in den Preispunkt auch super rein. Und der kostet 406,79 Euro bei Olano. Der CPU-Kühler ist eine Enderfine Navis F 360 ARGB. Die hatte ich selber auch schon im Test. Ist halt eine 360er Wasserkühlung ohne viel Klimbim. Gut, ihr habt beleuchtete Lüfter. Das passt dann wieder gut zum Gehäuse. Der Pumpenkopf ist auch beleuchtet. Ob die mit dem Prozessor dann so klarkommt, wenn er wirklich die volle Leistung abruft, wage ich zu bezweifeln. Wie gesagt, ich habe schon getestet. Die wird dann sowieso sehr laut. Ist immer so ein Thema. Aber mit dem Luftkühler braucht ihr bei einem 13700KF sowieso nicht kommen. Von daher passt das auch gut da rein. Das ist schon in Ordnung so. Und die kostet 128,98 Euro bei Jakob Elektronik. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z97 Gaming X LGA1700 DDR5. Wir haben hier ein Full-ATX-Board mit Intel Z97 Chipsatz. Vom Chipsatz her geht sowieso nicht höher. Der Sockel 1700. Klar muss sein bei dem Prozessor. Wir haben gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten noch drei weitere SSDs unter der Abdeckung. Hier kommt die Grafikkarte rein und hier unten könnt ihr dann auch erweitern mit irgendwie einer Capture-Card oder USB-Erweiterungskarte, wie auch immer. Was die Anschlüsse angeht, haben wir einmal einen optischen Ausgang, also TOS-Link, Mikrofon und Line-Out für ganz normale Kopfhörer. Netzwerkanschluss dreimal USB 3.0, zweimal USB 3.1. Die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, weil das ein KF-Prozessor ist. Das F bedeutet einfach, dass der keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen. USB-C haben wir auch noch mit am Start und viermal USB 2.0. Von der Ausstattung her ist es ein relativ gutes Board, was die Anschlüsse angeht. Ja, müsst ihr selber wissen, wie viele USB-Anschlüsse ihr braucht. Ihr habt vielleicht ein Mikrofon, Maus, Tastatur, vielleicht sogar noch einen USB-Drucker. Ich weiß es ja nicht. Dann leuchtet vielleicht noch irgendwie ein Mauspad oder irgendwelche Ringlichter. Das müsst ihr wirklich selber wissen. Rein für den Prozessor ist es ein okayes Board. Es würde besser gehen, gerade auch wegen der hohen Leistungsaufnahme, aber zum Reinzocken und ein bisschen rendern und so reicht das dicke. Und das kostet 224,90 Euro bei Alza.de. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 7900 XTX Markenhersteller nach Verfügbarkeit. Das ist natürlich das Topmodell aktuell von AMD. Ich habe jetzt hier die günstigste genommen. In dem Fall ist die Astro Radeon RX 7900 XTX Phantom Gaming OC. Die reicht für WQHD Gaming, die reicht auch für 4K Gaming. Natürlich gibt es noch stärkere Karten, wie zum Beispiel eine 4090 von Nvidia. Da bezahlt ihr aber auch dementsprechend Aufpreis. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 979 Euro bei MineFactory. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB Markenspeicher mit 6000 MHz Dual Kit. Markenhersteller nach Verfügbarkeit mindestens CL36 oder besser. Also erstmal 32 GB reicht sowieso für die meisten aus. DDR5 6000 MTS ist auch völlig in Ordnung. CL36 feiere ich jetzt nicht so. Die Preissprünge sind halt sehr gering, dass man vielleicht dann sogar CL32 nimmt oder CL30. steht zwar dabei, dass er das eventuell reinpackt, der Hersteller hier, aber es kann halt auch CL36 sein, was ich dann wieder nicht so gut finde. Ihr werdet es wahrscheinlich kaum merken. Es ist meistens messbar in den 1% Low FPS, ja. Aber ja, es ist soweit schon okay. Es geht halt besser. Und ihr wisst halt nicht, welchen Hersteller ihr bekommt. Bekommt ihr Corsair, bekommt ihr Kingston, bekommt ihr G-Skill. Ja, es ist nicht so schlimm, aber wer vielleicht ein bisschen auf das Design achtet, weiß dann halt nicht, was er bekommt. Und der kostet 114,90 Euro bei alza.de. Systemspeicher 2 TB NVMe SSD M.2 PCI-Express 4.0. Markenhersteller nach Verfügbarkeit mindestens 5000 MB die Sekunde lesen oder besser. Das ist jetzt natürlich auch wieder ziemlich wild. Es kann dann auch wieder eine Lexa werden, es kann eine Western Digital werden oder was auch immer. Deswegen, ich finde das immer ein bisschen schade, wenn man das so allgemein hält. Ihr wisst halt nicht genau, was ihr bekommt. Wir nehmen jetzt die WD Black SN770. Die hat halt eine Lesegeschwindigkeit von 5150 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4800 MB die Sekunde. Das heißt, wir erfüllen dementsprechend die Geschwindigkeit, die da angegeben ist. Aber wir wissen halt nicht, ob es genau diese wird. Ansonsten 2 TB sind völlig in Ordnung. Und die kostet 104,90 Euro bei Amazon.de. Das Netzteil ist ein 1000 Watt Bequiet Pure Power 12M 80 plus Gold ATX 3.0. Also erstmal 1000 Watt ist sogar schon ganz schön viel für das System. Ist aber nicht schlimm, falls ihr später mal die Grafikkarte aufrüsten wollt, habt ihr auf jeden Fall noch Puffer. Ansonsten haben wir hier 10 Jahre Herstellergarantie, 80 plus Gold Zertifizierung und Vollmodularität. Das bedeutet, die Kabel, die nicht benötigt werden, fliegen dann nicht im Gehäuse rum, sondern kommen sehr wahrscheinlich in einem extra Karton. Das Netzteil bringt auch schon den neuen Stecker mit für die neuen Nvidia Grafikkarten. Bei der AMD Grafikkarte, die jetzt hier drin ist, braucht ihr das theoretisch nicht. Ist aber schön, dass es mit dabei ist. Und das kostet 147,20 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Endofy Arc 700a RGB Midi Tower. Das bringt schon in der Front 340mm Lüfter mit RGB beleuchtet und im Heck auch noch einen 140mm RGB Lüfter. Das bedeutet, ihr habt ein komplettes, ausgestattetes Gehäuse mit allen Lüftern, weil oben ja auch noch die Wasserkühlung reinkommt. Das Gehäuse an sich hatte ich auch schon im Test. Alle, die ich gefragt habe, sind begeistert von dem Teil. Das ist jetzt designtechnisch nicht der Mega-Bringer mit irgendwelchen tollen Streifen oder so, aber es hat eine Matchfront, es hat Airflow, es hat mega viel Platz. Ich bin damit auf jeden Fall happy. Und das kostet 122,90 Euro bei Alza.de. Als Betriebssystem bekommen wir noch Windows 11 Pro Digitale Lizenz. Das bedeutet für euch einfach nur, ihr habt Windows 11 Professional vorinstalliert, wahrscheinlich sogar mit den Treibern und halt auch aktiviert. Und das kostet 18,90 Euro bei Amazon über Key Profi. Das steht auch neu dabei. Man kann auch die 39,90 Euro nehmen von IT Hardpulse, die wir eigentlich sonst immer nehmen. 24 Monate Herstellergarantie haben wir auch und das hatte ich eben noch gar nicht gesehen, was wir für euch alles machen. BIOS Update, das ist schon mal ganz nice to have. Installation Windows 11 Pro ist auch in Ordnung. Installation aller aktuellen Treiber, Hersteller, Software und Dienstprogramme. Also was ich eben gesagt habe, Treiber schon vorinstalliert. Ich hoffe, die mühlen die Kiste nicht zu. Glaube ich aber nicht, weil es gibt so einige Hersteller, die packen dann noch irgendwelche Werbesoftware da drauf oder irgendwelche Anti-Virenz-Software. Braucht die auf jeden Fall nicht. Aktivierung XMP-Profil des Arbeitsspeichers. Macht eigentlich jeder. Ist auch nur ein Klick im BIOS. Aktivierung Smart Access Memory, Resizable Bar. Ja gut, das machen auch die meisten Systemintegratoren. Anpassung der Lüfter. Inwieweit das man jetzt auslegen kann, ist im BIOS meistens auch nur eine Lüfterkurve. Also ihr könnt eine Lüfterkurve selber machen oder ihr stellt ein Profil an. Zeilenprofil, normales Profil oder so. Highspeed, dass er volle Möhre läuft. Ich denke, die werden das ganz normale Profil nehmen und dann läuft das halt so durch. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.248,47 Euro. Und das System kostet 2.469,99 Euro. Das bedeutet jetzt quasi, ihr bezahlt 220 Euro für das Zusammenbauen, das Vorinstallieren und eben Garantie und so weiter. Was noch völlig im Rahmen ist. Das hier ist jetzt auch kein großer Shop. Ich hatte mit dem Typen mal geschrieben, der das ganze Ding hier betreibt vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit Dubaro oder Mifcom oder so. Aber dennoch sind 220 Euro völlig okay. Deswegen habe ich auch diesmal keine Alternative. Das System ist nicht zu teuer. Von der Konfiguration her passt es irgendwo. Verbesserungsmöglichkeiten sind da, vor allen Dingen beim RAM. Ich finde halt solche Aussagen immer schwierig. Markenhersteller nach Verfügbarkeit mindestens CL36. Ja, es kann besser sein, muss aber nicht. Genauso wie bei der SSD und so. Also das sind so Sachen, ja, finde ich schwierig. Gut, Grafikkarte ist klar. Machen viele so, dass die Grafikkarte dementsprechend da genommen wird, wo sie am günstigsten ist. Wenn ihr da jetzt einen Spezieller haben wollt, könnt ihr den bestimmt schreiben. Dann wird es halt irgendwie teurer oder auch billiger, das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich kann man hier wirklich sagen, das ist soweit okay. Wer mit dem Teil auch noch Videos schneiden will und so, ist damit auf jeden Fall gut bedient. Ansonsten würde ich, wie eben schon gesagt, auf einen 7800 X3D gehen von AMD. Weil der Prozessor, je nach Kombination mit der Grafikkarte, auf jeden Fall mehr Leistung hat als der 13700KF. Gut, das wäre es auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und ein Daumen nach oben wäre auch nicht schlecht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.